Was ich total schön finde, ist diese Parallele, die man zu unserer jetzigen Gesellschaft zieht oder die im Grunde auch in unsere jetzige Zeit reinpasst, dass es doch möglich ist, dass sich vermeintlich Nichtweltliche mit Weltlichen mischen und dass es keinen Unterschied macht, ob du sehr dunkel, hell bist, leise, laut, ob du von daher kommst, dann das glaubst oder gerne lieber das oder jedes andere machst. Irgendwie passen alle zusammen, wenn sie wollen und wenn sie aufeinander zugehen. Und genau das findet ja hier auch statt, indem eben Dracula auf Jonathan zugeht und Jonathan auf Dracula. Und ja, und das finde ich eben schön. Und abgesehen davon ist es saukomisch und es gibt wahnsinnig viel, was man über Draculas und überhaupt über Vampire und Monster lernen kann, von denen ich keine Ahnung hatte. Und die Musik ist sehr, sehr schön und ja, macht einfach Spaß und ist wahnsinnig kurzweilig.